und damit seid gerüßt meine lieben zwerge gnome hobbits und elodum zwei neuen part pokémon schwärz mit dem zwergfürst letzten paar sind wir hier in der neuen stadt angekommen passt bei die nächste stadt ja ein gebirgsstadt die dank ihrer antiken wandmalerei gedieh alles klar ok weiter geht es hier in der großen gebirgsstadt in der wüsten stadt wüsten gebirgsstadt weil die gesamten rot ja gut können wir wahrscheinlich heute noch nicht kaufen heute habe ich was ganz besonders war ein metronom nein danke wenn alles glatt läuft habe ich nächstes als nächstes ein klumpen wie die giftschleim brauchst du noch etwas nein ein giftschleim brauch ich nicht hey willst du dass du willst du dein taschengeld ein bisschen aufbessern wenn du im laufe des tages bringst wonach ich suche kauf ich es dir zu einem sehr großzügigen preis ab ein mini pilz 2000 haben wir letztens erst verkauft das ist naja ich glaube das ist nicht so ein großartiger preis vielleicht finden wir hier ein das ist auf jeden fall wert und da sehe ich schon den hob lässt uns hier nicht in ruhe das pokémon von dem mann dahinten macht rund um die uhr faxen wegen das hier drüben für seinen pokéjob alles gibt es aha pokéjobs habe ich auch noch nicht ausprobiert können wir auch mal probieren und was macht den clown im büro faxen ja das sind ziemlich wertvolle schließlich bekommt man sie nur hier ja was souvenirs aus antiken städten nach so alles klar gibt es noch ziemlich gute sachen zu kaufen aber dann schleppe ich ja nur noch mehr gepäck mit mir rum naja bisher habe ich noch nicht so cooles gesehen und zum tag spielt ruhig mit motivierte rede vom vater ich will bronson kärzungs tragen haben eine publix zudem ich bin mir nämlich relativ sicher dass man mit dem nicht spielen sollte dass man seine kinder die nicht überlassen sollte aber gut pokédex haben wir bestimmt nicht bronson noch relativ wenig pokédex gibt es noch nicht so viel zu sehen was gibt es denn hier zu sehen ach das sind gebäude ein haus jetzt rühre ich links jetzt rühre ich rechts ich pass auf dass nix anbrennt und nix klickst achso das warst du und du beim kochen kommt es auf die richtige temperaturen zu roh oder zu jemals auf die rühre ich rechts ich pass auf dass nix anbrennt und nix klickst die dritte hitze kann ein gericht hat er dann aber auch so kann ich ein brechen alles klar so was gibt es hier wird gerade sagen sagt nicht im mini pilz hätte er sich ja selbst holen können drüben und hier geht es noch mal runter und auf die route oder hoffentlich nicht ein steinknochen ein steinknochen ja da haben wir schon einen von gesehen die gibt es noch ein item ein eulenhelm lässt sich doch bestimmt auch irgendwie verkaufen ja solch items gebe ich meinen guckmann nicht so gerne zum tragen das ist jetzt nicht so wichtiges da wird bestimmt wieder kämpfen oder was hey zwangfurst wegen eben noch mal ich will wirklich nicht dass die uns ruf nur wegen mir kratzer bekommt aber wie stelle ich das an ich habe keinen blassen schimmer bis ich eine antwort auf die frage finde bleibt mir nichts anderes über als stärker zu werden dafür gibt es viele verschiedene methoden wie wäre es wenn wir gemeinsam kämpfen würden damit ich ein paar davon ausprobieren kann ach was hab jetzt gar nicht erwartet dass wir gegen ihn kämpfen müssen das kommt jetzt sehr überraschend ja gut wenn es sein muss du bist meine rivale ein kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die springe komm los geht's wie unerwartet ein kampf gegen hoch vor der arena ja oh er hat ein cooles buchmann ich sehe schon können wir das auch demnächst fangen und das will ich fangen ein urgel sehr schön das können wir auch bestimmt verbrennen pflücker das ist flugwasser wenn ich richtig sehe wenn ich das richtig denke das wäre ja auch uneffektiv aber gut katapult tut es vielleicht ok bei einem flug guckt man jetzt vielleicht nicht so unbedingt aber naja keine Bruchladung niederlegen naja zack johann das blüht durchaus mehr als die Feuerdrücke jau ok dann besiegen wir uns und wir waren ein weiteres mal ich hoffe der bricht nicht gleich in Tränen aus nachdem er schon von betis besiegt wurde naja wer von betis besiegt wurde das ist scheinbar schwach genug dass ich ihn auch besiegen kann nichts ging nicht hoch aber ja gut Level plus für Nynline und Rufus das ist 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 hofer seite grüßt du brauchst erfahrungspunkte gerade du brauchst oder 27 noch weil wir sind 20 gegen level 30 das ist auch nicht gerade wundervoll aber gut es bringt zumindest ein paar erfahrungspunkte mehr ich weiß was da noch für ein guckmann kommt und es zumindest noch ein ist das so das schafpunkt man gar nicht dagegen gekämpft und sein standard kommt kenne versucht ladungsstoß zu erlernen so ladungsstoß was anders funkensprung ist schwächer agilität können wir verlieren das machen wir 1 2 und schub kenne hat agilität vergessen und ladungsstoß erlernt weiter kämpfen fest zum schloss ja das ist immerhin schimmsticks das klingeln mit rufus doch besiegt und da kommt die drohlandung ok schimmsticks ist level 33 das heißt mordefrocke auch noch ein paar levels um die nächste entwicklung zu kommen schätze mal 35 35 entwickelt die endform schimmsticks ist ja auch noch nicht die nationale form von dem starter von dem pflanzen starter pflanzenkraft 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 von schimmsticks ok ja gegen feuer ist jetzt nicht so effektiv aber gegen stein wahrscheinlich oder ich weiß nicht so kampf der giganten mordef mordef gegen schimmsticks ja das muss man wirklich machen das ist wirklich die starter müssen immer gegeneinander kämpfen das muss es einfach sein gerade feuer gegen pflanzen kann sich sehen lassen das muss ich mich raten was jetzt noch für den punkt man kommt doch sie ok ja da kommt auch extra vor dann weiß ich wohl was das letzte punkt man ist das einsetzen ja den kaufstück man sagt das was er seit dem roter kino der hier entgegen noch ein team ja ja sehr schnell besiegt und ja jetzt wohl das so und was wo besiegt hat er sein schaf pokémon die box gepackt das das gibt es doch gar nicht ob ich bin enttäuscht von ihr kannst dein schaf wo die wie kannst dein wie kannst dein weiß nicht wo das wo die heißt aber ein schaf ging denn was davon startet vom start an ersten part aus von 0 zum part aus von beginn an auch kann ich gebissen was du schon immer dabei hattest wenn ich deprimiert bin kann ich einfach nicht die richtigen pokémon attacken wählen uns 2640 pokémon der logist siegreich ein weiteres mal siegreich was den kampf gegen den lieber allen bevor ich habe ein bisschen herrn experimentiert und noch ein team aufstellung geändert habe ich schon gesehen was den schaf rausgeworfen das hat es irgendwie nicht gemacht ist dass ich bin ein schwächling und heißt das dass ich meinen schafs pokémon wieder mit reinpacken soll ein bruder ist einfach der größte ich möchte auch so ein trainer werden wie er ich auf keinen fall sind heute nur wegen mir dumme witz über ihn machen ich muss mehr herum experimentieren noch viel mehr ich werde mir ein team zusammensuche das perfekt zu mir passt ein team das nur den dank meiner ganz persönlichen stärken als trainer über sich heraus wächst ok was was die hat man kann da wer kommt denn die jetzt ja war angeschlichen die jugend von heute bei der schildern sollte man sich und seine pokémon kämpfen niemand denn sonst warum so wie warum sorgt sich sein der freund denn so sehr um den ruf des times jeder weiß doch das ist das die die ich denke er sei da war doch unsere freundin hier die die rivalin oder was ja die habe ich lange gesucht als nächstes wird durch deinen wegen stadion von passbeck viel spaß mit der reina challenge wo von ihr begegnen oder was oder wie oder wo in der wüsten stadt dass das hier keine feuer arena ist oder zumindest eine boden arena ein kampf arena aha ok dann treffen wir sie nicht sie ist so weit ich weiß die psycho arena leiterin passwerk stadion ok besuche die antiken städte von passbeck und entdecke die geschichte von der gala region war noch eine geschichtsstunde ich finde dieses bild an der wands volk beruf aha da müssen wir es uns wohl anschauen ja ein bisschen zeit haben wir noch können wir noch ein bisschen geschichtsunterricht machen topperleber nice können wir brauchen geht es im nächsten part ein in die arena aber wieder was haben wir wieder ein highlight für den 27 part wenn ich es richtig sehe das richtig im kopf habe oder den 28 ich weiß nicht so recht ich glaube ja müsste müsste sogar der 28 sein ja der 28 geht dann wieder in die arena das hier müsste der 27 sein ich habe das mit den zahlen war nicht ganz im kopf manches mache ich manchmal nehme ich auch ein stück ein paar parts hintereinander auf da kann man mal durcheinander kommen orte an denen sich pokémon teile mixieren können nennt man energiequellen stadien in der gala region werden oft auch durch energiequellen erbaut da habe ich letztens mal so ein wunderschönes meme gesehen aus der gala region von solchen stadien wenn ich daran denke macht es passiert zwar ein und wenn ich nicht daran denke dann halt mich das ist die berühmte wandmalerei der antiken städte von passbeck sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein ja ja kunst ist ja bekanntlich geschmackssache ist es kann man ja kann man ja von halten was man will ja gut dann wird es der künstler bestimmt schon irgendwas bei gedacht haben die intention des künstlers ist mir jetzt nicht so ganz eindeutig klar aber ja kleines foto unerlaubt ja gut kann man machen muss man aber ja 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 schönheit manche worte ja schönheit liegt im auge des betrachters ja also blöd würde ich da nicht zu sagen aber ja speziell ich würde speziell bezeichnen ich will dem dorf jetzt nicht seine kunst wegnehmen also das ist ja es ist einfach die legitimität des dorfes deshalb ja weil was wollen wir wollen was dem dorf wenn man dem dorf nicht seine sehenswürdigkeit erkennen dass es ja manche bockmann leben in den bergen anderen in wäldern guckmann leben an den unterschiedlichsten orten ach was du nicht sagst hätte ich ohne dich nicht erfahren hätte ich ohne nicht nicht gewusst und wo kommen wir hierhin ich auf die nächste gute wirken scheinwald ich bin mir nicht hier schon reingehen sollten ich glaube ja nicht auch der wälder ist die beste oh yeah, glaub es ruhig, so sieht es aus. Miss Miley macht der Konkurrenz den Garten aus. Ja, hier werden wir nicht weiter gelassen. Gut, ist eher ein Ding für den übernächsten Part. Nach der Arena sind schon so ein bisschen die nächsten Parts vorausgeworfen. Aber hier schon so ein bisschen den Passback. Machen wir erstmal weiter. So ein kleiner Teaser-Trailer für die nächsten Parts. Kann man machen. Ja, suche ich jetzt noch eine Boutique. Gibt es hier noch eine Boutique? Oder ist das hier das Einzige, was man kaufen kann an diesem Markt? Hier dieses paar speziellen Sachen. Der eine Typ hat doch gesagt, so sonderbar tolle Sachen gibt es hier zu kaufen. Dann ist das hier der einzige Laden, oder was? Hier noch ein Wohnhaus. Ich bin stolz. Ich bin stolze Taxi-Pilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir die TN hier schenken. Fliegen. Ähm. Warum solltest du mir das schenken wollen? Das ist doch eher kontraproduktiv für deinen Job. Das ist doch... Wenn ich dann fliegen lerne, dann brauche ich dich doch gar nicht mehr. Das erste fliegende Taxi in Gana war in Kramor. Und diese Tradition bleiben mir treu. Alles klar. Herr Kommissar, können wir noch aufs Dach steigen? Steigen die aufs Dach? Die steigen die aufs Dach. Volle Möhre. Riesige Kanne. Riesige Kanne. Ah, okay. Da waren doch bestimmte Multi-Ports drin. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Mhm. Die müssen wir behalten. Aha. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ für den Tier aus. Aha. Ja, ist das doch gut, das was wir gefunden haben. Alles Lerchen oder Bärchen. Ich weiß nicht, was die Vorenwicklung ist von Morty Pot. Morty Pot kenne ich schon aus den Trailern. Von Pokémon Schwert und Schilt. Aber gut. Wir gehen vielleicht schon mal rein in die Arena. Und werden wir es bestimmt auch herausfinden, was ich vorentwickelt habe. Irgendwas mit Tee war das auch. Das war irgendwie eine Teeentwicklung. Das ist irgendwas mit Tee. Irgendwas mit Tee. Ja, und dann Morty Pot als Entwicklung. Wir werden es wahrscheinlich nebenbei es dort nebenan finden. Ah. Der Ball-Duin schon wieder. Das ist Rassbeck-Stadion. Hey, ich bin's Ball-Duin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Schwerball. Na, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Dein Beutel sieht schwer aus. Dann gebe ich dir noch was Schweres, damit du es noch tragen kannst. Ist ja noch nicht schwer genug. Verstoßt den Item in der Pokéball-Tasche. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Solche werden wir hier wohl in der Arena bekommen. Zum Kampf. Mit einem Schwerenball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen. Je schwerer es ist. Der absolute Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Das wird faszinierend. Was soll ich alles dazu sagen? Ne, wir reden hier erstmal noch über den Leuten. In der Arena ist in der Vorhalle. Und schauen wir es nur noch im Shop um und so weiter. Und dann, ja, am nächsten Part geht es zur Herausforderung. So, der Plan. Ich trinke mein Team, während ich mich der Arena-Tallenge widme. Vielleicht solltest du ein paar Pokémon aus deinem Team auswechseln. Habe ich schon gemacht. Und sobald ich Multi-Pot, wir haben es ja jetzt schon thematisch kennengelernt. Sobald ich das finde, kann ich euch schon mal sagen, kann ich euch schon mal spoilern. Kommt das mit ins Team, garantiert. Du bist den ganzen Weg bis nach Passbeck gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Ja, werde ich schon. Oh, den kenne ich aus dem Fernsehen. Mami, ich bin im Fernsehen. Wie kann das? Es gibt viele Arena-Tallenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ich würde gerne wissen, wie ich... Einer-Tallenger, du wüsstst gern, wie ich meine Uniform wechseln kann. Dass ich nicht immer diese weiße tragen muss, sondern dass ich auch mal hier eine andere nehmen kann. Wir haben doch einige Repliken bekommen von anderen... Von anderen Leuten. Liga-Karte 8, die wollten wir uns auch noch durchlesen. Da ist jetzt Zeit für... Sekunde. Vielleicht müssen wir erst eine kaufen oder was? Oder wie sieht das hier aus? Einen Beutel. Gibt es hier eine Klamotten-Tasche oder Würstchen haben wir im Inventar? Vergebeter Brief. Ach, die sollten wir hier noch in die Hand übergeben. Fenungsbrief. Abenteuerfliebe. Liga-Karten. Liga-Karten, die wollten wir uns ansehen. Ja, sehr gut. Meine Liga-Karte, meine aktuelle... Album. Da haben wir noch ein bisschen was durchzulesen. Die Rückseiten, die sind immer ganz interessant. Ach, das ist die Seider. Achso. Ja gut. Ähm... Haben wir die schon durchgelesen? Betis? Haben wir seine Rückseite schon durchgelesen? Ja, familiäre Probleme... Kommt mir bekannt vor. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. Formuliere Probleme führten dazu, dass Betis seine Kindheit in einem Heim verlebte. Die Unfähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, brachte er mit sich, dass er ständig in Konflikte geriet. Dies änderte sich mit einem Schlag, als Rose dem Heim einen Besuch abstattete und Betis ein Pokémon schenkte, entdeckte sein Talent als Trainer und wurde rasch stärker bei der Arena-Challenge. An der er dank seiner von Rose höchstpersönlich ausgestellten Empfehlungsbrief teilnimmt, hält er von Sieg zu Sieg, um Erwartungen der Liga-Präsidenten nicht zu enttäuschen. Ja... Er hat eine schlechte Kindheit. Ja gut, schön und gut, aber das entschuldigt nicht sein Verhalten. Das ist... Ja... Tut mir leid, Junge, aber es ist... Ja... Schön und gut, du hattest eine schlimme Kindheit, aber... Pfff, das entschuldigt gar nichts. Kabu ist ein Pokémon-Trainer, der aus der Höhenregion eingeladen wurde. Er stand schon oft kurz davor, Champ zu werden. Aus der Höhenregion... Hat man ihn vielleicht schon mal getroffen? Als Person in der Stadt irgendwie... Einfach so rumstehend. Er stand schon oft kurz davor, Champ zu werden. Hat die Gelegenheit jedoch immer ganz kurz verpasst. Deswegen trat er eine Zeit lang einfach alles für den Sieg. Dies hat jedoch nicht den gewünschten Erfolg und den Sieg gebracht. Er stieg sogar in die Unterliege ab. Ein fantastisches Duell gegen Deleon. Er schließt sich dabei, das Vertrauen in sein Potenzial zurückzugewinnen. Sein Motto lautet... Arbeite dein Leben lang an dir selbst. Ein weises Motto. Ah, okay. Kissiara. Okay, ich glaube, das... Ja, die habe ich... Ja, ich glaube ich... Gipsi-Com. Das habe ich online bekommen. Sag ich mal. Per Zufallstausch erhalten. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Papella, die Geschichte dazu. Papella ist die älteste Arena-Letterin der Ghana-Region. Sie ist in der Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun seit 70 Jahren. Doch nach einigen Ermessen, nach eigenem Ermessen ist sie an ihre Grenzen gestoßen und sucht derzeit händendringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grundzug knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen und sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt jedoch auch Leute, die der Meinung sind, sie tut das aus reiner Boshaftigkeit. Aha, es wird also ein kniffliger Arena-Herauswohnung. Kingsi. Ihm ält der Ruf voraus, der allerbeste Arena-Letter von Ghana zu sein. Seinem Bestreben, in jeder Tage den Sieg zu erringen, ist es zu verdanken, dass er ein Meister im Umgang mit Wetteraffekten ist. Nicht wenige glauben, er könne sich mit Links zum Champ in einer anderen Region aufschönen. Doch für ihn ist ein Sieg über Delion absolute Priorität. Die Fotos, die Y hochlädt, erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn er darauf oft nicht mehr zu sehen ist als ein Sandsturm. Er hat also ein Instagram-Profil. Seider, die haben wir gerade eben bekommen. Seider wuchs unter der begabten Förderung ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihrem ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie jetzt wurde ich gerade abgelenkt schafft sie es in jeder noch so bequenzigen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie selbst versucht angeblich nur, sich von dem Gegner keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten. Doch seit ihr Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer süß zu essen. Ah, Kampf. Das wird unsere Armeinheitern sein, die wir jetzt besiegen müssen. Ja, so sieht es aus. Kurz mal speichern hier. Der vierte Urn. So weit sind wir schon gekommen. Ja, sehr wahrscheinlich müssen wir die jetzt demnächst herausfordern. Hier könnte man auch was einkaufen. Ein paar Tränke und Beleber. Haben wir genug. Danke. So, eine Reform. Wenn wir jetzt hier eine kaufen würden, dafür haben wir nicht das Geld, aber wenn wir eine kaufen würden, könnte man die tragen. Eine Challenge. Hm. Tja. Jut, dann sage ich schon mal, dürmchen nach oben. Sollte es euch gefallen haben. Sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr euch mal seid. Nächsten Part nicht verpassen wollt. Das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Jo. Habt ihr einen angenehmen Tag. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Oder im nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dahin. Haut da ranne. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017